Jesse kehrt schon heute zurück um 17.30 Uhr und ab nächsten Dienstag haben in dieser Familie Da seid ihr ja an! Was ist denn? Alle richtig Spaß! Wir können doch darüber lachen! Hollywood-Star Michael J. Fox Das ist kein Quatsch! Das hier ist besser als jeder Film! In der Sitcom, die ihn berühmt machte, jede Menge Familie, ab nächsten Dienstag, 8.45 Uhr auf ProSieben. Oh weia! Dafür brauche ich jetzt viel Kraft! 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 Tiefenkraft! Der Generalbergfrühling mit Tiefenkraft. Mit einem Wisch wird's überall tiefen sauber, wie der Wattetest beweist. Und dann der Duft des Bergfrühlings. Der Generalbergfrühling mit Tiefenkraft. Der Schmutz geht, der Duft bleibt. Orbit ohne Zucker gibt Dir Geschmack, der lange hält. Für Spaß, der lange hält. Und manchmal hält der Spaß viel länger, als Du denkst. Orbit ohne Zucker. Geschmack ohne Ende. Spaß ohne Ende. Heute werde ich mal ein paar Leute anhauchen, um die neue Colgate Fresh Confidence zu testen. Mit dieser Formel... Ein einzigartiges antibakterielles System, Alex. Richtig, ein System, das mir stundenlang frischen Atem gibt. Immer noch frisch. Und der General hat jetzt drei neue Düfte. Frische Minze, Orange und Limone. Scary Night auf ProSieben mit einer neuen Folge von Buffy. Siehe, Ghosts Unheil kündet sich an. Ein Symbol war in seine Brust geritzt. Das Erdbeben und dieses Symbol ist ein Vorzeichen für den Weltuntergang. Was sollen wir tun? Den Untergang verhindern. Bekämpfen wir das Böse! Buffy im Bann der Demonen und danach Angel, Jäger der Finsternis. Ich schleiche den Opfer nach und bevor sie vor Angst sterben, trinke ich ihr Blut. Es sind Träume vom Töten. Angels Albträume. Derselbe Täter, damit sind es drei. Werden grausame Wahrheit. Ein alter Schüler von ihm trägt sein Unwesen. Was willst du denn hier? Dich vernichten. Scary Night auf ProSieben. Morgen ab 20.15 Uhr. Wissen Sie, ob ich hier in Greenwich Village bin? Jetzt neu bei Burger King. Best of Wild West. Drei Burger mit herzhaftem Bacon. Zum Beispiel der neue Western Rit mit gegrittem Schweinefleisch. Und auch neu die würzig-krossen Ranch Fries. Burger King, weil's besser schmeckt. Hey, weich. Ist der neu? Nein, mit Per Woll gewaschen. Wenn du wüsstest, wie viele Runden der schon in der Maschine gedreht hat. Wie neu, sogar in der Maschine. Denn nur Per Woll hat den Pflegebalsam für perfekten Schutz. Das nehme ich jetzt auch. Per Woll, damit's wie neu bleibt. Sogar in der Maschine. Was war zuerst? Ei oder Huhn? Schmerzempfindliche Zähne? Oder gereiztes Zahnfleisch? Neu. Die Sensodyne Z-Komplex. Mit Zink- und Aufbauvitamin. Gereiztes Zahnfleisch wird vitalisiert. Schmerzempfindliche Zähne geschützt. Die Antwort für Zähne und Zahnfleisch. Die neue Sensodyne Z-Komplex. Klasse, meine Jeans, oder? Nicht schlecht. Mh, ich hätt so richtig Lust auf Schokolade. Komm, wir nehmen gleich eine Riesentafel. Na, bravo. Und wer trägt denn meine Jeans? Schokolade ist schon gut, aber für mich zählt nicht die Menge, sondern der Geschmack. Kinderbueno, der unglaubliche Geschmack aus viel Waffel, lockerer Milch-Haselnusscreme und einem Hauch Schokolade. Kinderbueno, denn weniger ist manchmal mehr. Als mein Mann sagte, du, ich nimm den Erziehungsurlaub, dachte ich, na, ob der weiß, was da auf ihn zukommt? Natürlich hat er versucht, alles perfekt zu machen. Mit der weißen Wäsche klappt das auch. Und zwar jeden Tag. Per Asiltaps haben die spezielle Antigrauformel. Die blaue Phase verhindert Kalkablagerungen auch nach häufigem Waschen. So bleibt Weißes strahlend weiß und gepflegt. Für mich ist er der beste Papi der Welt. Persil, da weiß man, was man hat. Leben heißt lernen, entdecken, staunen, begreifen. Auch wir von Alete lernen seit über 130 Jahren jeden Tag dazu. Jetzt haben wir entdeckt, wie man ausgesuchte Früchte und bestes Getreide noch schonender zubereiten kann. Die neuen Alete-Vollkornfrüchtchen im Becher. Alete. Alles Gute für ihr Kind. Desinfektion mit Wirkstoffen pflanzlicher Herkunft. Ob das wirkt? Dr. Beckmann-Disi. Auch für Bad, Polster und unterwegs. Du könntest dich mal wieder rasieren. Okay. Und? Schon besser. Probier was Neues und guck bei drei Grad. Jeden Tag gibt es Situationen, in denen es nicht nur oberflächlich sauber sein muss. Da braucht man Hygiene, auf die man sich verlassen kann. Deshalb gibt es jetzt die Sagrotan-Aktiv-Reinigungstücher. Sie reinigen und desinfizieren mit dem Schutz von Sagrotan. Die neuen Sagrotan-Aktiv-Reinigungstücher. Sagrotan. Hygiene zum Wohlfühlen. Und für große Flächen der Sagrotan-Haushaltsreiniger. Wer mal groß und stark werden will, braucht viele gesunde Sachen. So wie die Kellers mit dem Vita-Team. Mit lauter Kalzium, Folsäure und Eisen. Für eine gesunde Entwicklung. Das Vita-Team ist nur bei Kellers. Jetzt neu, die Lieblings-Kelloggs auch als Riegel. Träumen Sie nicht davon, fliegen Sie davon. Buchen Sie jetzt die TUI April-Specials. TUI, Sie haben es sich verdient. Die Eltern kommen. Wer spült jetzt? Ich. Spüle freiwillig. Du? Aber nur mit Pril-Kraft-Gel. Jetzt neu, mit Schnelltrocken-Formel. Es ist das stärkste Pril gegen Fett. Und seine Schnelltrocken-Formel lässt Wasser schneller ablaufen. So schnell trocken. Einfach glänzend. Da sind sie schon. Egal, der Glanz war schneller. Wie gut für euch das ist Pril. Das neue Pril-Kraft-Gel mit Schnelltrocken-Formel. Willst du viel spülen mit Pril? Die kleinen Preise. Jetzt bei PLUS. Diesen Winter hatten wir Eröffnung. Und gerade vor den ersten Gästen, da kam der erste Schnee. Da gingen die Gardinen richtig grau aus. Zum Glück hatten wir das Gardinen-Pflegesystem von Hoffmanns. Das Gardinen-Waschmittel beseitigt den typischen Gardinen-Schmutz. Und Gardinen-Neu sorgt mit seinem Schutzfilm für dauerhaft strahlendes Weiß. Weshalb? Hey, und die ersten Gäste kommen schon wieder. Weil halt alles so schön weiß war. Das Gardinen-Pflegesystem von Hoffmanns. Pflegen ist unsere Stärke. Ja, bitte? Ich hätte gern Original-Milchreis von Müller. In der Geschmacksrichtung Schoko. Mit 33% mehr Soßenanteil. Zahlen Sie in Euro? Immer wenn der kleine Hunger kommt, der verbesserte neue Milchreis von Müller. Jetzt noch leckerer! Alles Müller oder? Was? Was gibt's Neues bei Karstadt? Die Gartensaison ist eröffnet. Set bestehend aus einem Tisch und zwei Stühlen. Sowie praktischer Deckchair auf Rollen. Beides aus wetterfestem Plantagentickholz. Jeweils nur 329 Mark. Jetzt bei Karstadt. So schnell passiert ein Unglück. So schnell ein Missgeschick. So fix kommt auch die Lösung. Neu und einzigartig. So fix feuchte Bodentücher. Einfach ein feuchtes Tuch auf einen Wischer spannen. Feucht wischen zwischendurch. So einfach, so sauber, so fix. Filmfieber. Den kennen Sie. Das ist ein harter Hund. Und das ist sein neuer Partner. Was für ein Partner. Ein echt cooler Typ. Ich arbeite nicht mit nem Flokati. Der Hund und sein Bulle. Zusammen drücken sie ganz schön auf die Tube. Chuck Norris. Für seinen haarigsten Fall braucht er einen waschechten Profi. Du hättest mich warnen können. Den Top Dog. Such mal den Drogen einsteigen. Donnerstag, 20.15 Uhr auf ProSieb. Blockbuster. Der Perverse ist wieder da. Genau das wollen wir. So. Porno ist aufverstanden. Anständige Menschen werden absichtlich verdorben. Ein Mann lässt alle Höhen fallen. Halleluja. Wieso muss ich ins Gefängnis gehen, um ihre Freiheit zu schützen? Meinungen sind wie Arschlöcher euer Ehren. Jeder hat da einen. Mr. Flint, Sie sind eine harte Nuss. Ich hab die ganze Welt in einen Revolverblock verwandelt. Vom Oscar-Preisträger Milos Forman, Edward Norton. Hey, war zur Hölle. Woody Harrelson, Larry Flint, Die nackte Wahrheit. Zum ersten Mal in Free TV. Sonntag, 25. März auf ProSieben. Blockbuster. Der Sonntag gehört ProSieben. Es hat nichts passiert. Nichts hat sich verändert. Oh weia, dafür brauch ich jetzt viel Kraft. Kraft, Kraft, Tiefenkraft. Der General Bergfrühling mit Tiefenkraft. Mit einem Wisch wird's überall tiefen sauber. Wie der Wattetest beweist. Und dann der Duft des Bergfrühlings. Der General Bergfrühling mit Tiefenkraft. Der Schmutz geht, der Duft bleibt. Was ist Schönheit? Ist es Mode, Geschmack, Lippenstift oder Eyeliner? Ich glaube nicht. Ich muss doch nur die Natur betrachten. Das Land, die Pflanzen, meine Tiere. Das alles richtet sich nicht nach den Trends aus Mailand oder Paris. Ich denke, wahre Schönheit kommt von ganz hin. Aus der Seele. Wo waren Sie zwischen 9 und 10? Wann haben Sie so eine Tennis? Wussten Sie das erfahren? Wie lange ist die Wahrheit? Alle Werte im grünen Bereich. Ist der Lügendetektor in Ordnung? Das können wir ja mal testen. Und jetzt lügen Sie mal. Es gibt günstigere Optiker als Fehlmann. Brille Fehlmann. Und der General hat jetzt drei neue Düfte. Frische Minze, Orange und Limone. Ja, bitte? Ich hätte gern Original-Milchreis von Müller. In der Geschmacksrichtung Schoko. Mit 33% mehr Soßenanteil. Zahlen Sie in Euro? Immer wenn der kleine Hunger kommt, der verbesserte neue Milchreis von Müller. Jetzt noch leckerer! Alles Müller oder? Was? Ähm, da vorne sollten wir tampen. Nicht auf der Autobahn. Ja, aber... Gleich kommt eine Ausfahrt. Ich glaube nicht, dass um die Schatz... Wenn man sparen kann, dann sollte man nicht voreilig. Okay. Spare dir jeden Kommentar. Wenn Sie beim Autofahren richtig sparen wollen, kommen Sie beim Fahrzeugwechsel zu Autodirekt. Rufen Sie jetzt an. 080 599 199. Oder besuchen Sie uns im Internet. Mit herkömmlichen Tabs sind Sie nie vor bösen Überraschungen sicher. Also müssen Sie checken, checken, checken. Denn ohne Salz- und Klarspüler gibt's Flecken und Kalkbeläge. Jetzt reicht's! Nur von Calgonit die weltweit ersten 3-in-1-Tabs. Die einzige mit eingebauter Salzfunktion und einzigartiger Klarspülperle. Plus unübertroffene Reinigungskraft für garantierten Glanz von Anfang an und jedes Mal. Ohne checken kann man sich leichter ums Wesentliche kümmern. Neu. Calgonit Powerball 3-in-1-Tabs. Die einzigen mit Salzfunktion und Klarspüler. Verwöhnen Sie sich mit dem neuen Darf Schauermus. Fühlen Sie, wie der cremige Schaum Ihre Haut sanft streichelt. Wertvolle Pflegestoffe sorgen für eine besonders zarte Haut. Das neue Darf Schauermus. Ein noch nie dagewesenes Duscherlebnis. Mehr Trend im Preis. Graceland für 69,90. Deichmann. Ein neuer Tag beginnt. Für viele Kinder wird es der letzte sein. Weltweit sterben über 30.000 Kinder am Tag. Dabei ist helfen so einfach. Mit einer Kinderpatenschaft von World Vision unterstützen sie die gesunde Ernährung, medizinische Versorgung und Schulbildung eines Kindes. Für 50 Mark im Monat, die auch seiner Familie und dem ganzen Dorf zugute kommen. Wir erwarten Ihren Anruf. 080 383 84 85. Wir schicken Ihnen gerne einen persönlichen Vorschlag mit Foto. Reichen Sie einem Kind die Hand. Noch heute. Damit es morgen wieder lachen kann. 080 383 84 85. So ein Wahnsinn. Plötzlich ging die Maschine kaputt. Total verkalkt. Ich konnte die ganze Wäsche zu meiner Schwiegermutter schaffen. Bloß wegen dem falschen Wasserentherter. Nur Calgon bietet den besten Waschmaschinenschutz. Auch hier vor. Calgon-Tubs. Die werden so schnell wirksam, dass Kalk erst gar nicht entsteht. Deshalb ist Calgon der einzige Wasserentherter, den führende Hersteller empfehlen. Wo finden wir Inspiration? Sie ist zum Greifen nahe. Durch eine Technologie, die uns Freiheiten schafft. Mit der Armada M-Serie von Compaq. Ausgestattet mit dem Intel Pentium 3 Prozessor und Wireless LAN, dem kabellosen Netzwerk, sind wir endlich unabhängig. Wir können da arbeiten, wo wirklich Raum für Inspiration ist. Welcome to the new IT. Inspiration Technology von Compaq. Und? Bleibst du? Och, so zwei, drei Monate? Ergiebig wie ein großes Deo Spray. Unterbaldans klein. Neu. Nivea Deo Compact. Klein und ergiebig. Müller Milch. Die schmeckt und weckt, was in dir steckt. Alles Müller oder... Neu. Somat 3 in 1. Jetzt gibt es Klarspüler, Salzfunktion und Reiniger in einem. Glanz so einfach wie nie. Das neue Somat 3 in 1. Wir bringen Sie schneller nach L.A. Und direkt zum Oscars. ProSieben und Radewerger präsentieren Ihnen eine Woche. Das Beste vom Oscar und das Beste aus L.A. Kommen Sie mit. In die Stadt der Engel. Die Oscar-Woche. Ab 19. Das ist ein Toller, dass ich dich bei jedem Spiel schlagen kann, David. Ach, komm, Roy, das ist doch lächerlich. Wieder als feiges Huhn unterwegs? Blockbuster. Dieser Kerl ist nicht so toll, wie Sie ihn finden. Manchmal sind Männer echte Kinder. Warum wollen Männer ständig ihre Schwanzlänge vergleichen? Das ist zweifellos das blöde, das der idioteste, albernste, widersinnigste Pseudospiel, das jemals erfunden wurde. Rene Rosso und Kevin Kostner im Tin Cup am 1. April 20.15 Uhr auf ProSieben. Ich werde Ihnen jetzt ein Motorrad vorführen. Immer gut für Überraschungen. Madlock, das Krimi-Highlight am Vormittag. Jetzt auf ProSieben. Es gibt Schmerzereignisse, die man nicht vergisst. Dann hilft das schnelle Actren-Spezial mit patentierter Gelkapsel. Der Wirkstoff, halb flüssig, halb fest, erreicht den Schmerz schnell und nachhaltig. Actren-Spezial. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Der Dienstagabend auf ProSieben mit Emergency Road. Neu in der Klinik, eine alte Bekannte. Ich bin's. Oh mein Gott. Und ein Killer. Ihr habt meine Tochter auf dem Gewissen. Muffin. 100 Milligramm direkt in die Venige spritzt. Emergency Room. Und danach Klinikum Berlin-Mittling. Dr. Leindecker im Einsatz. Was ist für uns das? Ich werde eben und das vom Frühstück. Der Assistenzarzt gerät unter Druck. Wollen Sie mir unterstellen, dass ich nicht OP-tauglich bin? Glauben Sie ernsthaft, ich habe unter Drogen gearbeitet? Ja, immer so sehenswert. Neue Folgen von Emergency Room und Klinikum Berlin-Mitte. Heute ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Man hat mich als geschworen. takingel. Vielen Dank.